Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Tagen hören wir ja die biblische Urgeschichte, sozusagen die Erzähltraditionen, die von der Erschaffung der Welt und von den ersten Menschen erzählen. Und wie wir schon in den vergangenen Tagen sahen, kommt in diesen Geschichten oft vereinfacht gesagt zusammen eine wachsende Glaubenserkenntnis des Volkes Israel mit archaischen alten Erzählungen, in denen sich auch etwas widerspiegelt von der Erklärung der Naturphänomene. Bei der Sintflut, deren Abschluss wir heute hören, war das so, die Erfahrung eben schrecklicher Fluten. Und wir können uns auch gut vorstellen, dass eine der Quellen dieses Bundesschlusses, den Gott mit Noah schließt, mit dem Zeichen des Regenbogens eben auch erklärt, dieses geheimnisvolle und beeindruckende Phänomen am Himmel. Aber es geht um mehr, denn diese alten Erzählungen wurden weitergegeben und in ihnen wurde dann immer deutlicher auch erzählt der Glaube des Volkes Israel. Und da ist ganz entscheidend der Weg, den Gott mit diesem Volk geht. Und hier taucht zum ersten Mal ein ganz entscheidendes Moment dieser besonderen Beziehung Gottes zu den Menschen auf, das Thema des Bundes. Wenn Gott dann in die wirkliche menschliche Geschichte eintritt, dann wird er diesen Bund schließen mit Abraham, mit Isaac und Jakob. Dann haben wir den Höhepunkt des alttestamentlichen Bundes am Gottesburg Horeb nach der Befreiung aus Ägypten. Und schließlich feiern wir als Christen den neuen Bund in Jesus Christus. Gott selbst begibt sich auf Augenhöhe. Bund heißt eben, Gott verbündet sich mit uns Menschen. Im Wort Bund steckt drin Bindung, aber auch Verbindlichkeit. Gott geht sozusagen eine Beziehung ein mit uns Menschen. Wir liegen ihm am Herzen, sein auserwähltes Volk Israel und alle Menschen guten Willens. Und deshalb setzt er für diesen Bund seine ganze Liebe und Treue ein. Gott ist treu und diese Treue verspricht er erstmals sozusagen nach der Sinnflut den Menschen. Auch da, wo wir Menschen treulos sind, immer wieder den Bund brechen, schafft Gott neuen Anfang. Die neue Schöpfung in Jesus Christus ist für uns der neue Anfang schlechthin. In seinem Tod und seiner Auferstehung haben wir einen Bund mit Gott, der uns Leben schenkt, das uns keiner nehmen kann. Dafür dürfen wir Gott danken und so wir Karneval feiern jetzt vor der Fastenzeit uns auch nochmal herzlich genau daran freuen, am Leben, das Gott schenkt. Und wir wissen als Christen, dass unser Leben viel weiter reicht, als wir mit unseren menschlichen Augen überblicken können. Danken wir Gott dafür und bitten wir, dass er uns hilft, in Freude und vor allen Dingen in Treue diesen Bund zu leben.